Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin Golftrainer mit meiner Golfschule Progressive Golf im Golfclub Linz in Österreich. Und ich mache immer wieder Videos zum Thema Golfsport und in regelmäßigen Abständen vor allem ganz gerne diese Facebook Live Videos. Und falls ihr nichts versäumen wollt, dann bitte liked meine Seite mit dem Like-Button, dann seht ihr jedes Mal, wenn ich online gehe, eine Notifikation. Und beziehungsweise, wenn ihr das als YouTube-Aufzeichnung seht, bitte seid so gut und abonniert meinen Button, bitte hier unten. Okay, dann hätte ich gesagt, dann fangen wir gleich an. Ich schaue noch ganz kurz, was ich so tut. Deinen Zuschauer, immerhin. Okay, also das Thema Gewichtsverlagung ist ein sehr, sehr kompliziertes. Und zwar, ich glaube, das ist deswegen so kompliziert, weil hier immer wieder verwechselt wird, Gewicht. Oder die Masse des Körpers mit dem Druck, mit dem Druck, den man am Boden gibt. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz vielleicht ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe, dann ist der Druck, den ich auf den Boden gehe, der Gesamtdruck ziemlich genau unter mir. Und der Center of Mass oder die Masse von mir ist auch direkt unter mir. Man kann nur sagen, das ist ziemlich der gleiche Punkt. Jetzt kann ich aber zum Beispiel auf den rechten Fuß gehen. Jetzt habe ich mein Gewicht auf den rechten Fuß gebracht. Und den Druck auch auf den rechten Fuß. Weil Druck ist eine Kraft, die vertikal nach runter geht. Also ich kann rechts gehen mit dem Körper und die zwei Punkte sind übereinander. Und hier ist dasselbe. Aber ich kann zum Beispiel auch hier sein, mit dem Oberkörper links sein und jetzt zum Beispiel kurz den linken Fuß heben. Seht ihr das? Und in dem Moment, wo der Fuß kurz oben ist, ist der Druck rechts. Und das Gleiche kann ich machen, ich kann den Oberkörper nach rechts gehen und kurz mit dem rechten Fuß heben. Und jetzt, wenn ich eine Druckplatte unter mir hätte, hätte ich 100% unter dem linken Fuß gehabt. Okay, das heißt, das ist das. Das heißt, das ist das, glaube ich, was das Komplizierte ist. Weil man verwechselt ganz gerne, wo der Körper hingeht mit dem, wo der Druck hingeht. Und wenn wir von Gewichtsverlagerung sprechen, dann sprechen wir eigentlich nicht von Gewichtsverlagerung, sondern eigentlich von der Druckverlagerung. Und das ist, glaube ich, das, was alle seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich schon verwirrt. Und wenn nämlich ein Amateurgolfer hört von seinem Trainer oder überhaupt von der Magazine oder von was auch immer, du musst dein Gewicht nach rechts verlagern, da verstehen die meisten, dass sie das machen müssen. Und das Lustige ist, schau, sie gehen mit dem Oberkörper nach rechts, dass sie da rüberkommen. Das Lustige ist, um diese Aktion zu machen, muss man aber auf den linken Fuß drücken, damit der Körper nach rechts geht. Also erst, wenn der Oberkörper rechts ist, dann ist die Kraft vertikal, der Druck vertikal. Und dann kann man von einer Verlagerung sprechen. Aber das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist keine sehr gescheite Art aufzuschwingen in Golf, dass man versucht, so zu schwingen. Weil das Problem ist hier, wenn ich hier mit dem ganzen Körper nach rechts gegangen bin, und vor allem, wenn wir jetzt von Masse sprechen, schaut es mich an, ich habe sehr viel Masse. Wenn ich das Ganze machen würde, dann würde es sehr lang dauern, bis ich wieder die Richtung wieder ändern kann darüber. Das heißt, ich müsste hierher gehen, und jetzt erstmal darf ich nicht umfahren, und zweitens wird es wahnsinnig lang dauern. Und das Problem ist aber, der, wenn ich schon mal ganz kurz was da steht, was der alles, ich habe mit Angst gehabt, der Ton funktioniert nicht. Das heißt, wenn man hier rüber geht, und die ganze Masse ist hier drüben, ist das Problem, der Schläger wartet nicht auf uns. Das heißt, wenn wir jetzt hierher gehen, und es schwingen, kommen wir nicht mehr rechtzeitig auf die linke Seite. Das heißt, es ist keine sehr effiziente Art, Golf zu spielen. Das heißt, wenn ihr in eurem Kopf habt, dass eine Gewichtsverlagerung eine Bewegung ist, die ungefähr so ausschaut, dann würde ich euch empfehlen, das nicht mehr zu machen, oder nicht mehr zu denken in Zukunft. Das heißt, das ist, glaube ich, das, was die meisten verstehen unter Gewichtsverlagerung. Und man glaubt, die meisten glauben, es ist das und das. Und es ist so weit weg von der Wahrheit, was gute Golfer machen, dass es schockierend ist. Was aber passiert ist Folgendes. Wir sehen, dass die besten Golfer der Welt ihren Oberkörper oder ihren Körperschwerpunkt im Aufschwung mehr oder weniger hier lassen. Also sie versuchen nicht, ihn nach rechts zu bewegen, die Masse, sondern sie bleiben da. Aber der Druck geht nach rechts. Ich kann hier mit dem Oberkörper hier bleiben und kann trotzdem in den rechten Fuß drücken. Ich kann es genau hinstellen, stellt sich vor dem Bildschirm hin, geht es in Ansprechposition, bleibt es mit dem Körper und drückt es einfach in den rechten Fuß. Da seht ihr vielleicht, dass euer Becken schon nach rechts geht, aber da geht es vielleicht um so viele. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt in der Kamera sieht. Das heißt, das Becken geht marginal nach rechts, okay, wenn ich jetzt da reindrücke. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch den linken Fuß hebe, dann habe ich 100% Druck rechts gehabt. Und dieses Konzept, was ich euch gerade gezeigt habe, dass die Masse des Oberkörpers, des Körpers links bleibt und der Druck eher nach rechts geht, das ist ein Konzept, was die Besten der Welt in Golschwung verwenden. Und zwar, wenn ihr euch das vielleicht besser vorstellen wollt, ich mache das jetzt ohne Drehung. Was ich mache, ist im Prinzip das, sie stehen hier und machen das. Okay, ich mache es nochmal. Oberkörper geht links, Druck ist rechts. Okay, und das machen Sie bereits während des Aufschwungs. Das heißt, ein guter Golfer, der bewegt seinen Körper nicht stark nach rechts, nein, so nicht. Er bleibt mehr oder weniger hier mit der Wirbelsäule mehr oder weniger zwischen die Füße und bewegt, wenn etwas ist, seinen Druck etwas nach rechts. Auf Deutsch, er entgewichtet seinen linken Fuß ein wenig. Und je nach Stil, wie viel man das haben möchte, ob man ein sogenannter Frontposter ist oder Centerposter oder Rearposter, also ob man eher geeignet ist, um das Gewicht weiter links zu haben oder den Druck weiter links zu haben oder zentral oder weiter rechts zu haben, je nachdem entgewichtet man seinen linken Fuß. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ganz brutal bin und ich tue jetzt einfach mal wirklich meinen linken Fuß ganz heben, seht ihr, dass mich sofort wieder nach links zurück bewegt. Und wenn ich das jetzt mit einem Schwung verbinde hier, ist das bereits dieser sogenannte Shift, von dem alle sprechen. Und dazu muss ich nicht meinen ganzen Körper nach rechts bewegen. So, was tut sich hier? Hat doch ein paar. Grüße euch, freut mich, dass ihr alle zuschaut. Also es geht weiter. Die Fragestunde geht später. Dankeschön fürs Zuschauen. Also nochmal, ich empfehle euch, nicht den Oberkörper nach rechts zu bewegen, sondern ein Pressure Shift bedeutet, oder ein Weight Shift, was ich einen furchtbaren Ausdruck finde eigentlich, würde für mich bedeuten, dass der Oberkörper mehr oder weniger auf der selben Stelle bleibt, der Kopf auf der selben Stelle bleibt mehr oder weniger und ihr ganz kurz vielleicht euren Linken Fuß entgewichtet und dann schon wieder hinsteigt. Das heißt, die beste Übung dafür ist es wirklich, dass ihr aufschwingt ein bisschen und das macht. Okay? Boom. Das ist die Idee, okay? So. So, ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstehen können, was ist meine, der Unterschied zwischen Weight Shift und Pressure Shift und möchte dann auch noch dazu kommen, ja, für ein Fehlbild, glaube ich, was viele haben im Übergang, ja. Und zwar, wenn viele sind im Übergang, sind sie hier und dann glauben sie, dass das hier, dass diese Bewegung hier ein Weight Shift ist oder eine Gewichtsverlagerung. Wenn ihr das jetzt eher anschauen würdet, auf Druckplatten, und ich drücke mich jetzt quasi mit dem rechten Fuß nach links, was passiert dann, dann würde jetzt natürlich unter dem rechten Fuß Druck angezeigt werden und nicht über den linken. Braucht ihr nochmal machen, schwingt es einmal hierher und bewegt euer Becken einfach seitlich nach links, so dass die linke Hüfte so eher nach oben zeigt hier. Wo ist der Druck? Und das Problem ist, dass ich da nicht wirklich meinen Druck über den linken Fußballen drüber bekomme, nicht hierher bekomme, sondern ich bleibe hier hinten und kann nachher nicht diesen Druck verwenden, um dann mich groß zu machen, um zu springen und das Ganze in Schlierkopfgeschwindigkeit umzusetzen, sondern ich bin hier, hänge hinten und drücke mich eigentlich in diese Richtung zurück. Und wenn ihr euch, vielleicht erkennt ihr euch darin, dass ihr aufschwingt und dann das probiert es und dann endet ihr irgendwo da hinten. Ihr habt ja auch ein paar Schüler, die das machen, oder gemacht haben hoffentlich jetzt. Das heißt, das ist bitte die Art und Weise, wie man es nicht macht. Und zwar, was ihr machen wollt, ist, und das ist wirklich, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen im Sport überhaupt, eine Translation zu machen, eine Übergangsbewegung vom Aufschwung in Durchschwung. Unter der Voraussetzung, dass der Kopf hier in der Mitte bleibt, ungefähr hier, ich den Druck ein bisschen nach rechts verlagert habe, den Druck, okay, das heißt links etwas entgewichtet habe, lasse ich mich jetzt mehr oder weniger nach links hineinsurfen. Das heißt, mein ganzer Oberkörper geht ein wenig nach links mit, oder viel einfacher, die linke Schulter bleibt tief. Okay, schaut mal her, wenn ich bin hier, bleibt tief die linke Schulter. Jetzt habe ich den Druck auf den linken Fußballen, und jetzt kann ich das verwenden nachher, um dann in die Höhe zu schnallen oder auf den linken Fuß, auf die linke Ferse zurückzugehen, je nachdem, welcher Typ ich bin. Aber es ist hier, bumm, hier, linke Schulter bleibt unten, ich mache das nochmal hier. Es ist hier, und nochmal runter. Siehst du, also der linke Schlager geht eigentlich noch einmal runter hier im Übergang. Es ist hier, bumm, und das ist dann eigentlich dann hier die bessere Bewegung für den Übergang, und jetzt bekommt ihr wirklich Druck auf den linken Fuß. Und wenn ihr diese Variante probiert, da geht die linke Schulter sofort hinauf, die rechte sofort runter, und dann bleibt sie eher hinten hängen, anstatt sie zu fetten. Und damit hätten wir auch die fetten Bälle heute besprochen, weil ich habe eine Umfrage gehabt auf Facebook, wo ich gefragt habe, wollt ihr etwas über die Gewichtsverlagerung lernen oder was über den fettgetroffenen Ball? Und 65% haben gesagt, über die Gewichtsverlagerung, und der arme, fette Ball hat nur 35% bekommen. Und ich danke euch fürs Voten, es waren dann, glaube ich, doch fast 80 Votes. Also ich habe mich so überrascht, dass es so viele waren. Und es macht mir immer sehr viel Spaß, zu sehen, welche Themen interessanter sind bei euch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht in der Kommentarsektion unten hineinpostet, welche Themen euch denn sonst noch so interessieren würden. Weil ich möchte gerne natürlich euch interagieren lassen, und wenn ihr Ideen habt, was man machen könnte, bin ich gerne bereit, darüber zu sprechen. So, ich schaue mal ganz kurz, was hier passiert. Danke, dass ihr alle zuseht. Also, noch mal ganz kurze Wiederholung zu dem Ganzen. Gewicht und Pressure, oder Druck, sind nicht dasselbe. Wenn wir reden von einer Gewichtsverlagerung im Golf, reden wir eigentlich von einer Druckverlagerung. Da reden wir eigentlich davon, dass der Oberkörper eigentlich zentral bleibt, und der Druck in den Füßen, wenn was ist, nach rechts geht. Und je nachdem, wie intensiv ich das mache, desto mehr Druckverteilung ist das. Aber wenn ihr da schaut, es ist nicht unbedingt, dass mein Becken, Oberkörper dabei, stark nach rechts geht. Und dass eben, sobald ich einen Fuß hebe, der Druck rechts ist. Wenn ich einen Fuß hier hebe, ist der Druck links. Und wenn man das so sieht, kann man sich das, glaube ich, leicht vorstellen. Ich habe euch dann ein paar Übungen noch zum Schluss versprochen. Aber vorher lese ich ganz kurz in den Kommentar. Da kommen die ersten Dankeschön. Aber, wie gesagt, die Nummer 1 Übung für den richtigen Abschwunggefühl, wie habe ich euch hier schon vorgezeigt. Das ist der, dass man hier ein bisschen auftritt. Man braucht nicht extrem aufdrehen. Man schaut, dass der Kopf in der Mitte bleibt. Ein bisschen Druck auf der rechten Ferse spürt vielleicht hier. Und dass man schaut dann, dass der Mann mit dem Schläger hier, so in der Hand, wie ich es habe, auf den linken Fußballen runterdrückt. Also das Gefühl hier. Und auch falsch wäre, wenn ich dann das so mache. Das wäre eine sehr, sehr gute Übung. Das ist eigentlich meine Nummer 1 Übung. Ich liebe sie. Ihr könnt es übrigens nur schaffen, wenn euer Becken ein bisschen so schief ist. Also die rechte Beckenhöhe ist das linke. Wenn ihr versucht, euch flach zu drehen mit dem Becken. Also flach zu drehen mit dem Becken. Oder flach mit der Schulter. Dann habt ihr keine Möglichkeit, das zu machen. Sondern ihr könnt es nur das machen. Also das ist ganz wichtig. Zweite gute Übung für die Druckverteilung im Aufschwung ist, dass ihr beginnt mit einem normalen Stand. Dann geht sie her und bewegt den rechten Fuß zum linken. Steigt weg. Steigt weg. Steigt wieder in die Originalposition. In dem Moment, wo ihr hinsteigt, schwingt ihr Schläger hoch und schwingt weiter. Okay, das ist eine super Übung. Einfach um einen Druck, das zu spüren, wie man den Druck nach rechts bringt. Also rechter Fuß zum linken. Auf die Originalposition zurücksteigen. Und in dem Moment, wo ich hinsteige, verwende ich das Momentum, um aufzuschwingen und durchzuschwingen. Das heißt, das ist so eine Counterbalance-Bewegung. Bam, bam. Okay. Und genauso ist es vorher gezeigt. Das ist eine super Übung. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Okay. Habt ihr gesehen, wann ich den Druck verändert habe? Noch während des Aufschwungs. Und spätestens mit dem linken Arm parallel zum Boden ist. Das ist die Phase, wo der Druck beginnt, nach links zu gehen. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr wart jetzt nicht bis hier oben seid. Und dann geht es nach links. Nein, ihr geht es ab dem Moment links, wo der linke Arm hier parallel ist. Und jetzt geht es hier schon nach links. Also die meisten Leute machen das viel, 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 viel zu spät. Das heißt, diese Übung ist deswegen so gut, weil ihr quasi hinsteigt und dann schon wieder nach links geht. Die zweite Übung, die ich euch zeigen kann, ist, dass ihr versucht, eine Ansprechposition zu machen und den linken Fuß zum rechten zu geben. Und ihr schwingt quasi hoch. Ich versuche hier nicht, in dem Mikrofonkabel zu verheddern. Ihr schwingt quasi hoch. Und in dem Moment, wo der Schlierkopf hier zurückgeht, steigt ihr auf die Originalposition zurück. Also schaut so aus. Hier und bumm. So, und das kennt, glaube ich, eh schon fast jeder diese Übung. Oder ist keine unbekannte. Aber bitte, wenn ihr das macht, wie gesagt, versucht es nicht nur einfach nur, einfach nur hinzusteigen und das war's. Sondern versucht bitte auch hinzusteigen, linke Schulter runter. Also hinzusteigen, linke Schulter runter. Okay, ich hoffe, das sieht man hier. Also hinzusteigen, linke Schulter runter, bumm. Das ist eine super, super Übung für das Ganze. Und dann kann man natürlich das Doppelmoppeln. Das heißt, dann geht man her, fängt an, rechter Fuß zum linken, steigt, hebt durch. Das heißt, man macht einen Doppelstep. Also hier her, und wenn die Hände, wie viele da sind, steige ich noch mal rein. Okay, schaut dann so aus. Papp, papp und durch. Also ihr habt es gesehen, der Schläger bleibt so lange oben, wie es geht. Okay, hier. Hier, bumm, der Schläger ist nach oben. Und erst, wenn ich hier draufgedrückt bin, also draufgedrückt habe, jetzt kommt erst der Schläger. Dann kann ich die Kraft verwenden, um den Schläger hier runter zu beschleunigen. Okay, ich bin schon ganz außer Atem vor lauter Schwingen. Es freut mich ja sehr, weil jetzt ist fast 6 Uhr. Ich hole jetzt circa in einer Dreiviertelstunde den Erfinder von Aimpoint am Bahnhof ab, den Mark Sweeney. Es ist eine Riesen-Ehre, dass er morgen am Golfclub Linz St. Florian einen eintägigen Putting-Workshop abhalten wird. Und da wird ganz, ganz viele tolle Neuigkeiten uns präsentieren, auch Sachen mir präsentieren, die ich auch nicht kannte. Und wir haben eine kleine Gruppe von 10 Leuten, die exklusiv dabei sein dürfen, die schon im Vorfeld genannt haben. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht das letzte Mal war, dass er in Österreich war. Aber wenn ihr Interesse habt, eventuell, dass es euch eventuell interessiert in der Zukunft, ist es auch geplant, dass der John Graham jetzt im Juli zu mir kommt. Und wenn ihr Interesse habt, bitte schreibt mir eine kurze PM, kurze Personal Message, dass ihr prinzipielles Interesse habt. Ist natürlich keine verbindliche Anmeldung, noch nicht. Und ja, lasst mich wissen, ob das was für euch wäre. Ja, und weiters, wer den Mark Sweeney leider versäumt, der hat die Möglichkeit, am nächsten Freitag, den 11. Mai, um 17 Uhr im Golfclub Linz St. Florian, den Aimpoint-Express-Kurs, Grünlesen mit den Fingern, die tolle Grünlesen-Methode von Aimpoint-Erfinder Mark Sweeney, bei mir am Patin Grün in der Tillisburg zu lernen. Bitte Anmeldungen per Messenger oder per E-Mail christoph.bausik.at Und wenn ihr findet, dass dieses Video lässig war und ihr vielleicht ein bisschen davon profitiert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht einen Smiley auch gebt. Oder ich mache auch ganz gern diesen mit dem Wow. Vielleicht macht ihr ein paar Wows, das würde mir sehr taugen. Kommt da was? Nein, leider. Und, nein, vielleicht kommt da noch was. Und, ja, und wenn es hier irgendwen kennt, der Probleme hat mit der Gewichtsverlagerung, könnt ihr natürlich auch gerne markieren. Und ich würde mich auch sehr freuen, natürlich, wenn dieser Beitrag geteilt wird. Weil natürlich, wenn das mehr Leute sehen, bin ich natürlich auch sehr motiviert, solche Videos zu machen. Und, ja, und da könnt ihr mir natürlich auch dabei helfen. Aber, wie gesagt, müsst ihr nicht, aber ich freue mich drüber. Ja, schauen wir mal, was es nächste Woche so gibt. Ich sehe hier ein paar Kommentare. Dort Florian schreibt, Tipps für das Funko-Spiel wäre cool. Können wir mal machen mal, gell. Danke für die Tipps, wird nächste Woche gleich ausprobiert. Thomas bedankt sich. Vielen Dank, ja, fürs Zuschauen. Hat mir echt Spaß gemacht wieder. Bin ein bisschen aus Atem. Ein bisschen im Stress, weil ich jetzt, wie gesagt, mag, abholen muss vom Bahnhof. Ja, bleibt mir gewogen und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Sonntag und bis bald. Das war Christoph Bausig. Das war Christoph Bausig. Das war Christoph Bausig. Vielen Dank.